Hintern hoch heute mit Faschen! Das Gute an der Black Hole ist ja, wenn du das alleine für dich zu Hause machst, dann sieht dich niemand weinen. Die schwarze Black Hole ist die härteste, es gibt auch andere, die ein bisschen weicher sind, die haben dann auch andere Farben, falls dir das für den Anfang zu viel ist. Und die Empfehlung für den Rücken, vor allem den oberen Rücken, ist halt kleine Bälle zu nehmen, da gibt es auch von der Black Hole schwarze Bälle oder man kann das dann auch einfach alternativ mit einem Igelball oder einem Tennisball machen. Bei der Black Hole gibt es außerdem eine kleine Anleitung und wenn dir das trotzdem noch zu wenig ist oder du dir unsicher bist, es gibt mittlerweile immer mehr Fitnessstudios, die das auch als Kurs anbieten. Faschen sind unser größtes Sinnesorgan, in der Fläche sogar größer als unsere Haut. Also das Ausrollen mit der Black Hole tut ja schon ziemlich weh, aber das läuft auch. Ja, natürlich nicht so, dass du gleich ohnächtig wirst von dem Schmerz, aber so, dass du das spürst und trotzdem immer noch ausatmen kannst. Dank der Schmerzen genug. Danke, danke, danke.